jo leute was geht euer schütze furze hier gehört zu einer runde dota autoschess natürlich wo müssen wir uns beeilen sehe ich gerade ich habe gar nicht darauf geachtet weil das spiel so lange bei mir geladen hat dass ich noch schnell gesetzt habe und ja ich habe das auch noch mal wieder ein bisschen leiser gestellt weil ich gerade noch eine alte aufnahme geguckt habe ich glaube es war an sich okay aber ich bin mir da immer sehr unsicher ihr könnt mir mal sagen ob er die letzten parts ok findet oder es jetzt so wie es jetzt ist vielleicht besser findet weil ich gehe dann nur hin und her und probiere aus mache alles bis weit endlich mal was haben was mir gefällt so wenn du ihn hätte ich gerne ihn hätte ich gerne ich glaube ich nehme erstmal die beiden droiden mit anstatt ihnen mitzunehmen aus dem moment weil ich nicht mal weiß ob wir überhaupt das krieger gehen wollen oder goblins goblins sieht jetzt schon mal mau aus und krieger sieht auch nicht so geil eigentlich gerade aus dem coolen kurier das ist ganz cool oder ich glaube wir gehen hier echt in die droiden rein ich glaube das ist das glückste was wir machen können gerade und vorher hatten wir wissen die felder einmal als unterschiedlich an ihr ort oder bin ich du weil es man das eigene fällt immer in so einer landschaft jetzt ich glaube wir waren auch vorher hier und da war es doch auch egal ich weiß nicht mehr genau wo wir in der letzten folge waren um ehrlich zu sein ich glaube wir waren da aber i don't know so dass die nächste jetzt ist halt die frage ob wir die enchantress jetzt schon zusammen kraften wollen aber auf den nächsten droiden warten ich wäre dafür dass wir auf den nächsten droiden warten dass dann die enchantress zusammenbauen weil so lohnt sich das ja eigentlich noch nicht weil wir können ja einen einsparen das habe ich glaube ich lieber anstatt jetzt schon eine stufe 2 zu haben in der moment ist jetzt eh noch egal ich hoffe einfach dass wir in der nächsten runde ein triant oder so mit furion oder so ziehen moment ich habe auch mal die idee gehabt vielleicht noch mal probieren auf bis zu gehen bisschen mit krieger aber wirklich auch alle bis irgendwie kriegt einen warlock noch ein wenn man in die richtung gucken sollte aber irgendwie verliere ich den gedanken auch immer ganz schnell wieder leizendheit auch nicht so schlecht er wird natürlich gar nichts sehen könnte natürlich auch einfach eine zweite enchantress mit hinsetzen und hochklicken da ist unser furion wie ihr wünscht ist er erschienen das natürlich perfekt so er hier ist in ordnung wir nehmen wir ihn noch mit und ihn mal mit weil krieger war gar nicht gehen und ich würde sagen goblins auch mal eine runde nicht wir schließen die beiden jetzt mal außer natürlich hier biest ne und liken gehen wir vielleicht noch rein dann ok doch da gehen wir doch noch krieger rein mit dem kunker dann und die beiden aber vielleicht mal so ein bisschen biest knight mäßig vielleicht mal ein paar trolle reinbauen so ein bisschen ab was so das ist ja schon auf ihn drauf ich dachte es wäre gerade hier drinnen wir müssen abwechselnd reinkriegen ja der hat ein clockwerk 2 timmason tinker der hat natürlich den goblin bonus des todes zwei goblin ist ja im early so stark wir kriegen ja nicht mal ein besiegt weil goblin zu stark ist natürlich auch fast schon den falschen gefokus ist nämlich der stärkste von seinen einheiten aber da wird doch ein enchantress nicht gegen gehen leider nicht leider nicht dachte erst vielleicht hielt sie noch mal ein bisschen und holt ein bisschen zeit raus also die wird ja sofort umgekloppt wenn jemand schon drei goblins hat mit unserem feld im moment stehen wir da nicht so gut da jetzt natürlich noch eine enchantress und die basteln wir uns zusammen und setzen uns die natürlich auch selbstverständlich hin so hiervon möchten wir zurzeit gar nichts haben aber wir haben ja obwohl wir können auch noch mal hochklicken an sich kann man ja so machen und dann setzt sich hier der urkot zum beispiel noch dazu er weiß nicht ob ich ihn nehme wegen dem sporen aber ist egal glaube ich er jetzt man hat leben mehr wenn wir auch zwei enchantress die hierhin wir sollten oder ganz viele kleine goblins empfiehlt aber ein dritter ist zwar gut dass er sich die kommen sie ja gekriegt hat wahrscheinlich hingesetzt hat wo ist er denn das checks ja er seit alle goblins die wir bekommen hat einfach hingesetzt so haben alle den mech bonus aber leider hat den goblin bonus nicht weil ihm da hat einer fehlt noch ich glaube mit zwei enchantress könnten wir hier ganz schön viele umböllern oder der der hier oder der hier der hat uns gemacht okay unser nachbar rock und dings hat er ne nein okay oh noch nen chantress die nehmen wir mit die wollen wir sehen hier element ist es ist ja ich glaube ich jetzt lieber ihn drauf anstatt ihn doch jetzt noch mal umentschieden sollte fein sein so der krieger goblins der hat nur goblins der krieger und leider auch nen chantress der hat knights die wollen wir halt eigentlich auch haben der krieger human mage vielleicht reingehen der hier hat krieger trolle orks mäßig alle haben krieger krieger ist fast noch schlimmer gerade die runde hier als goblins also dann ist beides von allen beansprucht deswegen sind wir gerade fein dass wir hier wirklich uns die druiden gesichert haben gerade zwei enchantress meiner meint noch ganz guten der chaos knight kann im early auch mal ganz gut böllern weil wenn die sich jetzt beide hier hin gemacht der treu schaman uns auch nichts mehr also wirklich der kann uns doch nicht mehr viel damit sollten wir nicht ganz schön fein sein können jetzt hier noch die reihe wegkaufen so aber wofür wir machen jetzt mal übrigens ja doch noch was vielleicht sind wir jetzt plötzlich ganz krass und verkaufen die alle wieder wenn wir noch eine chance sind wird richtig fein wenn sie ja im moment schon richtig gut dabei aber das wird uns echt noch mal muss nach oben geben und das hier gibt uns ja auch schon einen gewissen boost nehmen ihn mal mit jetzt gucken wir mal was wir weghauen ob es uns was bringt ein gold zwei gold drei gold sechs gold acht gold neun gold das heißt wenn wir gewinnen können können wir unsere reihe sozusagen abräumen ob ich das unbedingt möchte weiß ich noch nicht also er ist im moment noch so ein bisschen useless weil wir keinen anderen neid setzen überlegt auch ob ich dann lieber den task rausnehmen und ihm setze oder ob wir hoffen dass wir vielleicht ein zentking oder so zwischen deutsch mal ziehen und ihm lieber setzen als finde den chance oder für den ein chaos dann seid geil mit den likenwölfen bin ich besser als der furion auch wenn ich so viel auslassen dass es ziehen momentan die likenwölfe sind dass er ziehen das heißt also in dem moment wo ich die dafür in dem moment wo ich die likenwölfe drauf spawne kriegt den assassin buff und bräuchte eigentlich acht assassin und liken dachte ich gerade das wäre natürlich cool gewesen aber leider zählt das wohl nicht wie es aussieht was will ich denn mit den beiden was möchte ich mit den beiden das frage ich mich gerade was ist das für eine hand bitte will die denn keiner vielleicht können wir sie ja noch mal für irgendwas verwenden nehmen wir beide mit würde ich sagen so dann haben wir dich nach hinten dich verkaufen weil dich haben wir nach hinten dich verkaufen war assassin vielleicht hunter vielleicht andet bonus ne eigentlich sie brauchen eigentlich gar nicht und ihn auch nicht machen wir doch lieber so aber ihn behalten wir erstmal das sollte nicht schlecht für uns sein glaube ich weil es auch gleich hoch klicken und ja dann könnte ich ihn eigentlich hinsetzen so ihr müsst euch langsam mal ja genau du jetzt schon mal sie oder andersrum eigentlich egal wer hier wen hielt auch so okay das wird nicht reichen sie kann ich alle hier da hat aber auch ganz schön gut was ihr habt hier ne all are muted also da steckst du gerade wir sind jetzt die ganzen bauern hier die stärksten immer der war ja auch von six oder so letzte runde und hat alles zerstört jetzt haben wir da ein hauptsache wir kommen guten slate an das unser ziel eigentlich ich würde jetzt gerne so eine kleine wenigstrick auch nebenbei aufbauen aber glaubt das spiel möchte das nicht jetzt werde ich gerne auch noch hochklicken mache ich auch dann sind wir ganz schön gold arm wenn ich auf zehn gold möchte die beiden und die adene könnte eigentlich wieder ruhig ab den kann ich auch abgeben so wenn ich den abgebe und die beiden hätte ich es so müssen wir doch wieder auf unsere zehn gold kommen und wir fein sind trotzdem ist auch hochklicken damit wir dann gut durch die nächste mobrunde einmal kommen und auch gut gegen die anderen jetzt mithalten können der task ist halt immer noch ganz schön schwach und nützlos noch wir kriegen ja nur den dreierbiest bonus leider weil wir zwei enchantress haben und ja das bringt uns dann nicht so viel der land wird noch ganz schön aber den jetzt schon zu ziehen wäre so ruckus lack hier in den venomens halte ich vielleicht sogar auch gerne hat dann immer die frage möchte ich einen enchantress dafür rausnehmen und so weiter auf jeden fall werden wir uns die druiden hier zusammenkaufen wenn wir jetzt seit early noch einen enchantress ziehen können wir seit gleich auf drei machen so machen was halt später ne aber es wird auf jeden fall eins unserer ziele sein ja jetzt brauche ich die auch nicht mehr ich könnte drei gold über den liken zusammenkriegen dann hätte ich zwanzig eigentlich wäre es wichtig ne aber wir machen es nicht und ich kaufe da will ich die alle einkaufen hier wir nehmen weil das troch gedrochen damit den ex den können wir schon viel gebrochen den komischen auch viele gebrochen ihn auch wir machen den anderen das machen wir so ein bisschen kaputt weil viele ja goblin und krieger gekauft haben hier wir müssen was ja machen ne ist doch nur verkaufen wir sie dann halt wieder aber irgendwie muss man es den anderen ja ein bisschen kaputt machen so die enchantress sollten sich gegenseitig heilen also ich hatte es eigentlich gehofft und da bauen die macht halt auch guten schaden jetzt leider kein item bekommen itemlos hier unterwegs ist nicht so schön ist nicht so schön Arbeit eigentlich alle gegen die golems gewonnen und als läuft bei den anderen äh da ist der zentting über den haben wir doch schon gesprochen ähm dann haue ich dich mal kurz raus setze ich dich mit rein und ich nehme nehme ich ihn erstmal raus ne komm wir nehmen den enchantress erstmal raus jetzt schauen wir mal den will ich eh nicht mehr haben den auch nicht und den könnten wir jetzt hier noch mal kaufen aber wenn ich verkaufe ihn für den interest bonus ich glaube das ist klüger weil den rest wollen wir erstmal behalten den rest möchte ich nichts verkaufen und hier von brauchen wir doch nichts mehr soweit ja den sendlinger ist nur für den nächsten beast bonus halt geholt noch mal 15% ad mehr gerade bei dem chaos night not bad insgesamt den enchantress hielt ja auch zwar kommen wir jetzt trotzdem dadurch nicht so viel besser durch weil es fehlt zum beispiel noch eine assassine die wir vielleicht auf sieben hinsetzen müssten schauen was wir dann noch so ziehen ich hoffe wir ziehen noch eine vernünftige assassine gerade zwar eine verkauft ne aber Wer ist frei assassin bräuchte ich mir im moment eh nicht so deine ulti willst du wahrscheinlich auch nichts mehr reißen ne kriegst du nicht mal mehr durch hier der hier der keine ja okay okay so da haben wir natürlich unsere assassine ich finde natürlich auch den liken verkaufen für den nächsten ah ne 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 wir nehmen lieber die assassine mit levin nächste runde glaube ich schön nach oben und setzen unsere neue neu gewonnene assassine dazu man könnte natürlich auch noch den goblin alchemist holen und später vielleicht noch Techies oder sowas um dann noch ein goblin bonus hervorzurufen aber das ist halt so late game bezogen auf jeden fall warlock werde ich gerne bauen ich hätte gerne eigentlich ein shadow fiend den haben wir bis jetzt leider nicht gezogen und seiner hat da ganz schön gut action gemacht leider ja und der böllert und seit um wie sonst ist er zum glück den einen extra noch mitgenommen sind damit eigentlich noch ganz schön fein dabei Wir haben gegen wen haben gerade gespielt gegen den schwächsten im moment das ist schon mal schlecht wenn wir gegen den verlieren würde ich jetzt mal stur behaupten hier ist noch ein bau und die Spar ich weiter Eigentlich was haben wir denn hier so wir sind sogar der losing streak dadurch dass meiner losing streak sind Können wir endlich weiter sparen wir wollen zwar early in loan droid eigentlich haben und ein tree entfällt uns auch noch aber auch nicht gezogen aber ja darüber probieren was jetzt erst mal das ist ja erstmal ein bisschen mehr geld sparen und wenn wir dann 50 gold haben dann können wir hier weiter gehen einfach nur vier runden jetzt würde ich sagen warten dann hoch klicken sollten wir eigentlich ganz schön fein mit sein aus das kommt jetzt wirklich was dazwischen aber der 4 5 6 der hat schon sieben einheiten ne oder habe ich gerade verzählt gehabt ich glaube schon aber der ist natürlich auch 100 prozent ne hat aber jetzt auch weniger gold als wir Wir gehören interest aber dadurch dass er die winning streak wahrscheinlich aufrecht erhält ja wird er jetzt halt auch am meisten gold wieder haben Oder er kriegt halt mehr als wir wegen der winning streak wir kriegen halt losing streak weniger Aber wir haben halt noch über 50 prozent leben deswegen sind wir halt auch noch fein können so ein bisschen was erlauben Aber wir müssen mal schauen wann wir die aufgeben müssen Das ist unsere letzte enchantress die machen wir uns natürlich hier auch gleich zu nützen Zack Und ich auch noch mit drauf baut ihr euch so von alleine zusammen ja ne Sehr schön Guck mal was die leute jetzt alles bekommen haben diese runde x3 hat der eine schon Der eine hat ein loan drill 2 schon wie viel lack die leute haben neben uns alle ne So ihn verkaufen wir mal Und schauen mal weiter Könnte ihn natürlich auch kicken aber ne 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 Den kicken wir nicht Laundryd werde ich halt auch gerne mal ziehen dann ne wie gesagt Assassine müssen wir uns in der nächsten runde auch langsam wieder dazu kaufen So wie wir halt gold haben Wo gewinnen wir jetzt sogar oder was Glaube nicht ne 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 Hab ja auch nicht viele items von mocks bekommen im übrigen Die runde sind die leute echt wieder sehr stark Also die beast sind irgendwie ein bisschen schwach Wie gesagt zu den anderen Assassine fehlt uns halt eine krieger fehlt uns einer ne Wir haben auch keine komo richtig bekommen außer die eine Das hier ist halt angenehm werde ich jetzt mal behaupten So Und aufs runde Anfang runde 16 sollten wir dann auch durch sein Also es hat doch nicht wirklich jemand hier ein tree ent oder so in massen gekauft Nö Irgendwie ja nicht ne Trotzdem ziehen wir hier unsere druiden nicht Der hier hat einfach einen tasten Wer war denn das mit dem loan drill eben gerade Ich dachte er war das auch weil es so aussieht Aber ne ok Ja Wir haben aber immer noch unsere losing streak Und haben noch über 50% leben oder 50 leben insgesamt über Den könnt ihr gerne machen hier Die enchanters können gerne tanken da unten die linie Und sie healen Das ist natürlich eigentlich ganz gut Das wir die Wölfe hier bekommen haben Broadswot ist ganz nice Könnten wir kombinieren Vielleicht mit einer Bärenkralle hierzu oder was das sein So Blades of Attack Für mich sieht das immer aus wie so ne Bärenkralle Ich weiß nicht warum So Soll ich vielleicht auch eine darstellen Ich nenns auf jeden Fall so Na Sogar wir haben die Wölfe besiegt Und wir verlieren gegen alle auf dem Spiel Denn eigentlich ist es so Das nicht immer alle wirklich durchkommen Aber Komisch Human Knight Human Mage 11 Assassin Noch ne Assassin Nächste Runde klicken wir ja eh hoch Weil diese Runde hätten wir es eh nicht gemacht Weil wir wollen ja unser Gold behalten Und ich hoffe dann mischen wir wieder besser mit mit der Phantom Ich hoffe es doch Ich habe erst überlegt ob ich ihn vielleicht mitnehmen sollte Anstatt ihn Und das machen wir glaube ich auch Weil wir wollen ja eh nur 3 Assassin wirklich haben Und damit sind wir ja eigentlich ganz fein was wir so stehen haben Hm Er hat auch ne Enchantress 3 All are muted Er hat insgesamt sehr viele Zweieinheiten Und solche Scherzen ne Er hat bald ne Tiny 3 auch noch Eieieiei Was ist das denn Ach so Das ist der Lone Druid Der war das Okay Ah Der gibt uns hier natürlich auch ordentlich auf die Fresse ne Selbstverständlich weil Jetzt können wir erst hochklicken Und da ist noch ein Zen King Ja das ist natürlich Annehmbar Den nehmen wir mit Ich würde halt dann gerne bald auch den Lone Druid und sowas ziehen Das hier geben wir mal dem Bounty Weil wenn er später reinspringt können wir ihm sogar das hier geben Dass äh Der Misch zurückkommt weil er ja reinspringt und dann Da gleich Damage verteilen kann Ich hoffe nur dass unsere Assassinen jetzt auch wirklich gut was machen Da hab ich noch die ganzen Trust drin ne Unser Task ist halt 100% useless Den würde ich auch gerne ersetzen Na Schlachtet ihr euch durch? Ne die schlachten sich nicht durch Schade eigentlich Ah Den Ja den nimmt er noch mit Bei weniger Schaden für uns Aber Ja komm wir verkaufen davon ein Er will wieder ein Interest kriegen jetzt Ah Es sieht ganz schön schlecht für uns aus Muss man ja mal ehrlich sagen Aber wie kann man denn hier noch 100% haben? Entweder hat er da viel Glück Oder wie gesagt Es gibt ja immer noch irgendwie Hacker habe ich gehört Hier Tiny 3 hat er Enchantress 3 ist okay Laundry 2 finde ich halt heftig So was waren wir da gehabt? Nichts was wir brauchen Sandking brauchen wir So Oh Pfff Fast ne Fast den richtigen gesetzt So Wir nehmen mal sie lieber mit Äh Wir rollen weiter Da ist der noch Und sie Was verkaufen wir wieder Ich würde sagen Die Queen oder So machen wir's Jetzt haben wir wieder unsere 50 Gold Nochmal gegen den Haben wir nicht gerade schon gegen den gespielt? Das Spiel wird uns ein bisschen klein halten hier oder? Da fliegen wir natürlich dann schneller raus Wenn wir so oft gegen den müssen Da hat unser Zufall kein Glück gebracht Das tut natürlich sehr weh Lässt uns natürlich in der Losing Streak Aber das tut uns sehr weh Da müssen wir dann mal langsam rauskommen jetzt Hoffentlich bringt der Chaos Knight 2 uns weiter Omni Knight können wir dann wirklich hier langsam auch mal mit kaufen Machen wir jetzt einfach mal so Wenn wir dadurch jetzt ein bisschen Goldverlust hatten Aber irgendwie müssen wir's ja tun hier Zack Ähm Und dann kaufen wir ihn wieder rein Reroin einmal Wenn's nicht so lecken würde Oh da ist endlich der Tree End Und jetzt fehlt uns nur der Lone Druid Können dann Ah ne 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 Da lassen wir uns nicht baiten Mh mh das machen wir mal nicht Nächster Grund haben wir dann auch die Phantom Assassin 2 Da können wir endlich ein bisschen wieder auf Level gehen Der Tusk der muss da vorne halt auch noch raus Ich überlege gerade ob ich ihn dafür reinsitze und verliere ich aber meinen Beast Bonus Ein besseres Biest haben wir natürlich auch noch nicht gezogen So ein Lone Druid wär echt schön ne Oh aber wir gewinnen mal Wir gehen hier ok Hauptsache wir gewinnen endlich wieder Also ich hoffe doch ja Damit wir hier nicht so viel Leben noch verlieren Weil wir wollen ja natürlich gewinnen ne Von ganz unten nach ganz oben heißt es jetzt Das ist der Plan auf jeden Fall Jetzt kriegen wir halt die Phantom Assassin noch zwei Und ich hoffe das war's dann erstmal dafür Und dann können wir jetzt endlich mal ein bisschen leveln Hier war ja nichts mehr dabei Das einzige was wir halt wollen ist ein Lone Druid eigentlich Vielleicht, ah sollte ich nächste Runde vielleicht ein bisschen mehr investieren Und mehr in der Hand nehmen und gleich acht zu gehen Ich überlege gerade Glaub nicht Ich glaub's nicht So Also wir nehmen jetzt nächste Runde noch ein Knight dazu zu ihm Aber das sollte fein sein Und Omni ist not bad Human Bonus kriegen wir ja hier auch noch Poldern In Zweier Sollte fein sein Die sollten wir eigentlich auch besiegen können mit unseren Einheiten hier Dafür haben wir genug Aber natürlich kriegen wir keine Items hier ne Die Runde sind wir echt itemarm Das muss man ja mal ehrlich sagen Also diese Runde haben wir nicht viele Items hier gesehen Oh, hier wird's aber auch ganz schön knapp unten ne Wir haben halt hier so ein Mobpack da zusammengestellt Uh, die ist natürlich auch not bad Da würde ich die ja schon fast tauschen Aber jetzt kriegen wir's eh nicht mehr hochgelevelt Ich mühe wohl einfach mal rein Um mal zu gucken Was ist denn noch so offen Der hier ist auf jeden Fall Oh, da ist der Laundroid übrigens Da hab ich da gerade erspäht Dann kaufen wir den gleich mal Lassen den hin, verkaufen ihn schon mal Du kommst zurück So, ja das ist der Omni gewesen Ah, Laundroid in der Front Weiß ich auch noch nicht richtig Ob das sein sollte So, hm Ich bin wahrscheinlich ganz schnell auf der Presse hier Hauptsache er holt seinen Bären noch raus Dann kann er ruhig auch eigentlich sterben Also eigentlich kann er ruhig in der Front sitzen Uh, sein Bunker natürlich Starke Ulti Fantastikier Macht uns gerade Probleme Aber der hat halt einen Juggernaut rein Tiny3 Und wieso müssen wir immer gegen den Kerl? Das verstehe ich nicht Hier leben noch alle anderen, ne? Bis auf einer halt Und wir müssen immer wieder gegen diesen einen Kerl ran Das verstehe ich einfach nicht Das Spiel möchte uns doch hier echt ein bisschen verarschen Weil das tut uns weh Ich weiß nicht warum wir immer gegen den müssen Aber ist klar, dass wir dann halt früh rausfliegen Wenn das Spiel uns halt wirklich so träumen möchte Das ist echt nicht schön hier So, du kommst auch mal dazu Zack Das ist schon mal besser jetzt für uns Kurion könnten wir auch noch probieren auf die 3 zu kriegen Als Tank vielleicht mit reinstellen Er ist jetzt halt auch schon mal ein bisschen besser Aber wir müssen halt gucken, dass wir dann auch bald aufleveln können Deshalb, ich überleg gerade, sie verkaufen wir mal Ihn können wir komplett aufgeben Und ich hoffe mal wir gewinnen Oder wir müssen wieder gegen... Ne, wir müssen wieder nicht gegen den Aber gegen den Zweitbesten Klar Faires Spiel würde ich sagen Aufsache du ultis jetzt nochmal schön Oh, du bist gesilenced, ne? Von... Oh ne, der ist verduumt Ich weiß nicht Ich finde hier fliegen wir fast schon zu Unrecht Weil... Oder wir fliegen noch nicht Weil... Wir gewinnen sogar viel... Ne, das gewinnen wir nicht Aber... Ich finde, das ist ein bisschen unfair, dass wir hier gegen den... Mit dem meisten Leben öfter ran mussten und so weiter Das tut uns echt weh hier So, die hauen wir doch wieder weg Brauchen den Interest Bonus Äh... Davon... Möchte ich nichts haben Außer das Levelchen Ich glaube ich klick's zu Ende, komm Ich klick's zu Ende Im Rewind wir hier nochmal rein Weil wir haben auch nicht mehr viel Gold Sind echt langsam hier am krepieren Den haben wir jetzt halt noch bezogen Den brauchen wir jetzt auch nicht mehr Äh... Äh... Ich weiß nicht Ich glaube wir sollten in 2 Runden einfach auf 9 gehen Wenn wir so lange noch leben 23 jetzt 4... Vielleicht so der Anfang 26 Runde Ich hoffe so lange leben wir noch Der hat natürlich alle Krieger oder was? Kann man seinen Kurier anklicken? Nö Ah ne jetzt 6 Krieger und Beasts Okay Ah, dann heißt das also Wir könnten hier vielleicht sogar noch durchkommen Durch unseren Beasts Bonus Ja, sieht sehr gut aus Also gegen den gewinnen wir schon mal Äh... Wir haben auch den... Ja gut, den haben wir auf seinem Feld fertig gemacht Aber ist halt doof, wenn wir nochmal gegen den hier müssen, ne? Im Moment ist der echt viel stärker Ich würde dann gerne noch so ein Furion ziehen So 2 Loan Drills Dann sehe unser Feld richtig, richtig gut aus Tree End hätte ich halt auch sehr gerne oben, ne? Aber da machen wir gerade am wenigsten Hoffnung drauf So, hoffen wir mal Dass wir jetzt einen vernünftigen Gegner nochmal kriegen Dann die Mobrunde Die ist eh free Dann müssen wir mal gucken Ob wir vielleicht Richtung 9 gehen Um Kein Risiko mehr eingehen zu müssen Aber das Risiko hier müssen wir jetzt gehen Aber wenn wir jetzt gegen euer Mute dran müssen Gegen den Kerl Oder gegen diesen anderen da Hier gegen den Der jetzt auf 3 ist Da müssen wir auf jeden Fall fliegen wir raus Mal schauen Wenn ich nochmal gegen den hier oben muss Jetzt fühle ich mich richtig verarscht Weil der Drache ist ganz cool Ja, hm Wie oft mussten wir jetzt gegen den? Ich weiß es nicht, ey Auf jeden Fall ist das so unverdient Ei, 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 ey Aber, oh Überleben wir das vielleicht trotzdem? Ne, so ein Panda wird uns machen Und der Rest Die kriegen wir einfach nicht down Ich glaube nicht, dass wir hier noch mit 1% rausgehen könnten Oder? 3, 6, ne Wir verlieren genau 7 Leben, ne? Bin ich, oder? Ja, jetzt sind wir schon raus Fanden wir jetzt ein bisschen unverdient Ich mein's ehrlich, ne? Weil wir nur gegen den ersten Platz ran durften Der am stärksten wirklich auch aufgestellt ist Laundry 3, Enchantress 3 Juggernaut 3 Tiny 3 Ich weiß nicht, ob der nur Luck hatte Oder ob der hier Ja, der musste sich doch hier was zusammenschummeln, oder? Ich weiß es nicht Ich möchte da nichts Falsches behaupten Aber ich war auch in der Runde 25 Auch mal der mit 100% Habe ich auch schon geschafft Aber Ahja Ich weiß nicht, ob der sich auch Ziele dann Ich weiß nicht Kann man sich mit Hex sogar Ziele raussuchen, wo man dann angreift? Das wäre natürlich heftig, ne? Ich weiß es nicht Das ist ein bisschen fishy bei dem hier Der ist ein wenig fishy Der hat auch gar kein Gold Wie geht das denn? Ich glaube nicht, dass er die ganze Zeit geroid hat Um dann die ganzen Einheiten durchzukaufen Könnte natürlich auch sein Wie sieht es bei ihm hier aus? Was ist der? Der hat aber auch kein Gold Wir haben alle kein Gold, die da oben sitzen Kann natürlich auch pures Luck sein, ne? Naja Ich würde sagen, wir belassen das einfach dabei War jetzt sehr unlucky gerade Wir sagen, haut da rein Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Ciao Ciao